Willkommen zu einem neuen Video bei CLP Tutorials. Mein Name ist Christoph und in diesem Video geht es um den neuen Zyxel XGS 125012. Das ist ein neuer Switch, der eine ganz interessante Ausstattung besitzt. Ich würde sagen, wir starten aber erstmal mit dem Unboxing und dann kommen wir zu allen Details. Und damit willkommen zurück. Starten wir erstmal mit dem äußeren Erscheinungsbild. Der Zyxel XGS 125012 besteht vollständig aus Metall. Ist ein, ich sag mal, Stahlblechgehäuse, nehme ich jetzt einfach mal an, das eben Silber gehalten ist. Sieht soweit solide aus, kann man jetzt nicht meckern, ist auf jeden Fall robust gestaltet. Wenn wir dann die Anschlüsse durchgehen, dann haben wir hier folgendes. Als erstes insgesamt acht 1-Gigabit-Ethernet-Ports und dann folgen vier 10-Gigabit-Ports. Die 10-Gigabit-Ports teilen sich wie folgt auf. Wir haben dreimal RG45-basierte Schnittstellen und einen SFP-Plus-Slot. Die drei RG45-10-Gigabit-Schnittstellen sind alle drei auch abwärtskompatibel zu den Zwischenstandards, wie beispielsweise 5 Gigabit oder 2,5 Gigabit und unterstützen natürlich auch die älteren Standards mit 1 Gigabit oder 100 Megabit. Also man ist da auf jeden Fall flexibel aufgestellt. Der SFP-Plus-Slot unterstützt sowohl SFP-Module mit 1 Gigabit-Geschwindigkeit als auch SFP-Plus-Module mit bis zu 10 Gigabit. Weiterhin kann man hier natürlich verschiedenste Techniken verbauen, also Glasfaser-basierte Transceiver oder auch DAC-Kabel, also passive Technik genauso wie auch natürlich RG45 Transceiver, womit man dann noch den vierten RG45-10 Gigabit-Port bereitstellen könnte. An der Stelle muss man natürlich sagen, das lohnt sich meiner Meinung nach dann nicht so wirklich, weil dann wird der Switch relativ schnell und dann einfach ziemlich teuer. Wenn wir uns dann das Gerät mal von der Rückseite anschauen, dann fällt hier sofort Folgendes auf. Als erstes, wir haben hier den Stromanschluss für das externe Netzteil. Dann haben wir hier einen Lüfter. Jetzt bekommt man natürlich erstmal immer einen Schreck, wenn man Lüfter sieht bei einem Switch, weil man denkt, ach du Gemini, das wird jetzt wieder eine laute Geschichte. Hier ist es aber so, der Switch hat eine Zero-Fan-Technik, das heißt, solange der Lüfter nicht benötigt wird, läuft er nicht an. Ich habe den Switch mit allem Möglichen bestückt und trotzdem ist er nie angelaufen, in meinem Fall. Bei einem Bekannten, der diesen Switch im Vorfeld auch bereits gekauft hat, war es so, dass der Switch wohl unter, ich sag mal, warmer Umgebungstemperatur dann irgendwann schon anläuft, also der Lüfter hier. Allerdings, auch dort blieb er lautlos, das kann man an der Stelle sagen. Ja, was haben wir dann noch hier? Drei Schrauben. Damit kann man den Switch auch einfach dann öffnen. Das werden wir nachher im Teardown noch sehen. Da schauen wir mal rein, was der Switch innen so für Anschlüsse etc. hat. Ja, was sehen wir dann noch? Lüftungsschlitze an den Seiten. Und im Großen und Ganzen war es das eigentlich. Was man berücksichtigen sollte, wie immer, sind natürlich hier noch die LEDs, die es halt hier so gibt. Meiner Meinung nach ist es so, mit den acht 1G-Ports kann man natürlich alles Mögliche machen an, ich sag mal, Clients etc. anbinden. Mit den drei AirGuard 45-Schnittstellen hat man natürlich die perfekte Basis für hochperformante Clients, auch weil die Zwischengrößen unterstützt werden. Und der SFP-Plus-Slot bietet sich natürlich idealerweise an, um NAS oder einen Server oder irgendeine andere Komponente, die 24-7 läuft, eben anzubinden, um eben die bestmögliche Energieeffizienz zu erzielen. Alternativ kann man hier ja natürlich auch einen Uplink realisieren zu einem anderen Switch etc. Also das ist natürlich klar. Vom Prinzip finde ich die Ausstattung aber so, gerade für kleinere Heimnetzwerke, die aber einen gewissen Performance-Anspruch haben, sehr interessant. Wenn wir uns als nächstes dann das Thema Leistungsaufnahme anschauen, dann sieht es hierbei wie folgt aus. In dem Diagramm sehen wir verschiedene Portbestückungen, angefangen erst mal mit 4x10 Gigabit, wie folgt realisiert. Dreimal logischerweise AirGuard 45 und einmal mit einem DAC-Kabel, genauer gesagt einem passiven DAC-Kabel, also ein TwinX-Kabel. Und da sieht man eine Leistungsaufnahme von 13,3 Watt. Betonung nochmal, 3 AirGuard 45, 10 Gigabit Ports belegt. Also doch ein ziemlich guter Wert, wie ich finde. Dann das Ganze nochmal mit einem Glasfasertransziver, natürlich auch für 10 Gigabit. Dort haben wir dann eine leicht gesteigerte Leistungsaufnahme von 13,7 Watt. Dann kommen wir zu Firma AirGuard 45, das heißt hier mit einem Kupfer-SFP-Plus-Modul, das eben ein AirGuard 45, 10 Gigabit-Port bereitstellt. Dann erhöht sich der Energiebedarf natürlich ein deutliches Stück, reden wir von 15,6 Watt. Bestücken wir alle Ports, also alle 1G-Ports, alle 10G-Ports und den letzten Port eben mit einer Glasfaserverbindung, also mit einem Glasfasertransziver und dann entsprechend dort einer Verbindung. Dann komme ich hier auf einen Gesamtwert von 17,7 Watt Leistungsaufnahme des gesamten Switches. Insgesamt kann sich das aus meiner Sicht auf jeden Fall gut sehen lassen. Es ist eher ein energiesparender Switch im Verhältnis und kann man an der Stelle nur begrüßen. Als nächstes haben wir dann den Teardown in der Liste an Punkten, die wir hier in dem Video abhandeln. Und ich würde sagen, schauen wir uns jetzt einfach mal an. Bis zum nächsten Mal. Was man hier gut gesehen hat, ist einmal die relativ leistungsfähige Kühlung, also wirklich ein Riesenkühlblock, der komplett durchs ganze Gehäuse geht. Und auch alle wichtigen Punkte dann eben kontaktiert und mit Wärmeleitpads dafür sorgt, dass eben auch die Wärme entsprechend an diesen Kühlkörper abgegeben wird. Man merkt das auch, wenn man den Switch lange im Betrieb hat mit Vollgestückung beispielsweise, dann wird der hier auch relativ warm. Also auch ans Gehäuse wird das Ganze relativ gut dann abgegeben. Weiterhin kann man gut erkennen, der Lüfter wäre theoretisch auch tauschbar. Das heißt, man kann diesen einmal an dem Kühlkörper entfernen, also abschrauben mit zwei Schrauben und zusätzlich haben wir auf dem Mainboard des Switches dann einen 3-Pin-Stecker, wo man eben natürlich dann auch einen anderen Lüfter draufstecken kann. Ja, das ist soweit eigentlich das, was man hier gut erkennen kann. Ich würde sagen, als nächstes schauen wir uns mal das Thema Management an, denn es handelt sich hierbei natürlich nicht nur um einen normalen Switch, sage ich jetzt mal, der unmanaged ist, sondern hier kann man natürlich auch noch einiges konfigurieren. Und das gibt es jetzt zu sehen. Damit sind wir hier auf dem Webinterface des Zeichsel-Switches. Die Default-Zugangsdaten werden hier auch nochmal eingeblendet und dann führt man hier einfach den Login. Wir bekommen dann zuerst einmal hier eine Systemübersicht angezeigt, wo wir alle grundlegenden wichtigen Informationen angezeigt bekommen, wie beispielsweise die installierte Firmware-Version, die lokale IP-Adresse und den Status der einzelnen Ports. Hier können wir natürlich keine Einstellungen anpassen. Diese Anpassung führen wir in den oben gezeigten Menüs dann durch. Ich würde sagen, wir schauen uns als erstes mal das Menü-Port an. Hier haben wir vom Prinzip her folgende Möglichkeiten. Wir können einmal die Storm-Control konfigurieren, also sprich Broadcast Storm-Control aktivieren und hier eben die Packets per Second eben limitieren. Außerdem gibt es hier noch die Loop Detection and Prevention, kann man ebenfalls konfigurieren. Und dann haben wir hier noch die Port-Settings. Hier können wir einmal den Status anpassen, also sprich den Port eben aktivieren oder deaktivieren. Weiterhin können wir die Geschwindigkeit manuell setzen oder eben auf Auto-Negotiation lassen. Interessant ist das Ganze natürlich hier gegebenenfalls bei den Ports 9, 10, 11 und 12. Bei 9, 10 und 11 können wir folgende Settings einsetzen und bei Port 12 gibt es diese Möglichkeiten. Und dann gibt es außerdem noch die Möglichkeit, Flow-Control an den einzelnen Ports zu aktivieren. Gehen wir als nächstes in den Bereich VLAN. Dann finden wir jetzt hier auch schon eine vorbereitete Konfiguration. Also im Default-Zustand haben wir natürlich nur die VLAN-ID 1 aktiv und die eben auf allen Ports. Ich habe das Ganze hier schon mal ein bisschen angepasst, damit man mal sieht, wie das Ganze aussehen könnte, wenn man eben ein paar VLANs anlegt. Wir können also hier die PV-ID konfigurieren. Das ist, denke ich mal, soweit klar. Und dann können wir hier unten die VLANs erstellen und auch natürlich zuweisen. Dabei haben wir die Möglichkeit, eben wahlweise einen Port einem VLAN nicht zuzuordnen. Dann ist das grau hinterlegt. Orange bedeutet hier, dass es sich um einen Tag-VLAN handelt und grün ist dann eben die Untagged-Variante. Wenn wir hier einen VLAN anlegen möchten, klicken wir unten einfach auf Create New und dann können wir hier einen VLAN konfigurieren. Als erstes natürlich, indem wir die VLAN-ID festlegen, zum Beispiel hier jetzt mal die 30-Testweise. Und dann können wir hier so entscheiden, welche Ports da Zugang haben sollen. Das kann man natürlich dann ganz individuell konfigurieren, wie man das eben haben möchte. Also vom Prinzip her relativ einleuchtend. Dann haben wir als nächstes den Bereich Link Aggregation. Hier haben wir die Möglichkeit, einmal den Link Aggregation Algorithmus auszuwählen. Da bestehen folgende zur Verfügung. Also sprich, die Funktionsweise unterscheidet sich dann gegebenenfalls, je nachdem, was man auswählt. Das ist soweit klar. Und dann gibt es noch die Link Aggregation Groups. Hierbei wichtig, es gibt nicht die Möglichkeit, eine individuelle Gruppe zu erstellen, sondern man würde auf jeden Fall die vorgefertigten Gruppen übernehmen. Das sind folgende. Das heißt, Link Aggregation Group 1 besteht aus Port 1, 2, 3 und 4, also 4 1-Gigabit-Ethernet-Ports. Link Aggregation Group 2 und 3 bestehen jeweils aus 2 1-Gigabit-Ethernet-Ports. Wahrscheinlich sind das auch die Link Aggregation Groups, die man am ehesten verwenden wird. Und Link Aggregation Group 4 besteht dann aus Port 9, 10 und 11. Ich sage jetzt mal ganz ehrlich, das wird man wahrscheinlich so gut wie nirgends einsetzen, weil es einfach in dieser Switch-Größe seltener Sinn macht. Also hier wäre es vielleicht schön gewesen, wenn man vielleicht in Link Aggregation Group 4 nur die Ports 9 und 10 integriert hätte. Aber wie gesagt, grundsätzlich passt das auf jeden Fall und ist von der Konfiguration natürlich auch einfach umsetzbar. Dann haben wir als nächstes das Thema Mirroring. Was ist das vom Prinzip her natürlich das bekannte Thema Spiegelport? Das heißt, ich möchte irgendein Port, beziehungsweise die Pakete, die über diesen Port laufen, auf einen anderen Port spiegeln, um diese einfach mitschneiden zu können. Als erstes haben wir dort natürlich ein paar grundlegende Settings, nämlich einmal möchte man Port Mirroring überhaupt aktivieren. Müsste man hier in diesem Fall auf Enable setzen. Dann gibt es die Möglichkeit zu entscheiden, möchte ich nur Traffic in die eine Richtung oder in die andere Richtung mitschneiden, beziehungsweise eben in beide Richtungen. Das muss man natürlich sinnvoll wählen. Natürlich, ganz wichtig ist hier klar, wenn ich beispielsweise an einem 1 Gigabit Ethernet Interface jetzt hier meinen Monitorport konfiguriere und dann ein weiteres 1 Gigabit Ethernet Interface mitschneiden möchte. Und ich aktiviere hier jetzt Both, also sprich beide Richtungen, dann habe ich unter Umständen nicht genug Kapazität auf meinem Monitorport. Der ist natürlich limitiert auf maximal 1 Gigabit und der gespiegelte Port könnte aber theoretisch bis zu 2 Gigabit Traffic erzeugen. Das heißt, das sollte man hier dann sinnvoll wählen. Wählt man natürlich ein 10 Gigabit Interface aus, dann kann man auch mehrere 1 Gigabit Interface spiegeln und würde die komplett mitschneiden können. Also man muss da ein bisschen schauen, dass man am Schluss eben auch wirklich genug Durchsatz hätte, um das mitzuschneiden. In der Regel ist es natürlich so, das muss man auch ganz klar sagen, dass man sowas ja nicht unbedingt nutzt, um jetzt einfach irgendwas mitzuschneiden, sondern um einen Fehlerfall, einen reproduzierbaren Fehlerfall eben hier zu tracen, also komplett mitzuschneiden. Und dafür bietet sich das Ganze natürlich an. Das ist dann natürlich nicht unbedingt eine extrem bandbreitenintensive Angelegenheit. Ich denke jetzt allein schon hier an TK-Anlagen und Ähnliches. Das ist natürlich keine hohe Bandbreite, die dort stattfindet. Und dann kannst du natürlich problemlos mehrere Ports hier an einen Monitorport spiegeln. Wie würde man das wieder konfigurieren? Also erstmal die beiden Punkte haben wir schon geklärt. Wir wählen dann den Monitorport aus. Das ist der Port, an den die ganzen Daten geschickt werden. Ich mache jetzt hier zum Beispiel mal das erste 10-Gigabit-Interface. Und dann würde ich hier zum Beispiel die ersten vier 1-Gigabit-Ethernet-Interface eben spiegeln. So könnte man das machen, aktiviert das Ganze und dann ist man schon fertig. Dann haben wir als nächstes Quality of Service. Hier kann man eben die Priorisierung von Ports oder Datenpaketen eben vornehmen. Was ist jetzt hierbei wichtig? Es gibt zwei Arten von Quality of Service hier im Zeichsel XGS 1250, 12.2 und zwar einmal Port-Based und Tag-Basiert. Hierbei wichtig ist jetzt Folgendes. Port-Basiert funktioniert vom Prinzip her so. Ich wähle die einzelnen Ports, die ich priorisieren möchte, aus und weise die einer Queue zu. Desto höher die Zahl bei der Queue, also genauer gesagt hier die Gewichtung, desto höherwertig ist dann das Quality of Service. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel Port 3 mit Queue 7 bestücke, dann bedeutet das, dass die ganzen Pakete, die über den Port 3 laufen, eben die maximale Priorität bekommen. Das Problem bei Port-Basiert im Quality of Service ist natürlich, dass sämtliche Services, die hier drüber jetzt laufen, eben priorisiert werden. Ich mache ein simples Beispiel, wenn das jetzt beispielsweise hier der Gaming-PC wäre. Und ich möchte eigentlich, dass er Priorität bekommt für die Datenpakete, die zum Beispiel für ein Spiel benötigt werden. Und jetzt führe ich währenddessen noch einen großen Download durch. Dann werden natürlich sowohl die gewünschten Pakete, also sprich alles rund um Gaming, eben priorisiert, als auch das Thema Download. Und dann macht so eine Priorisierung natürlich keinen Sinn mehr. Das ist, denke ich, mal relativ klar. Das heißt also, diese Priorisierung muss man schon sehr gezielt einsetzen und wissen, okay, da ist jetzt ein Device, das beispielsweise Telefonie macht und ich möchte alle Datenpakete von diesem Gerät priorisieren. Aber ich weiß auch, dass da jetzt nicht irgendwelche großen Downloads laufen, die dann hier eben nicht priorisiert werden sollen. Dann kann man sowas gut umsetzen. Vom Prinzip her ist der Vorteil, dass es natürlich sehr einfach funktioniert. Habe ich natürlich jetzt hier, ich sage mal, viele Applikationen, die jetzt hier betrieben werden, an einem Server, der jetzt hier auf Port 4 beispielsweise hängt, dann macht das natürlich wenig Sinn, eben Port-basiertes Quality of Service einzusetzen. Dann ist es sinnvoller, eben ein Tag-basiertes Quality of Service einzusetzen, damit ich eben gezielt einzelne Services priorisieren kann. Das ist, denke ich mal, relativ klar. Das Problem hierbei ist, ich muss es einmal aktivieren. Wenn ich das gemacht habe, dann ändert sich hier schon mal die Darstellung. Was jetzt hier ein bisschen problematisch ist, ich kann die, ich sage mal, Tags hier nicht gezielt zuordnen, sondern die sind vordefiniert. Das heißt, die Tabelle kann man jetzt so übernehmen. Wichtig hierbei ist, dass wir nun hier nicht mehr die Ports priorisieren, was wir auch hier sehen, weil sich die Beschreibung ändert. Das heißt, jetzt funktioniert das Ganze technisch anders. Es wird nach Tags gefiltert. Diese kann ich hier nicht definieren. Die sind vordefiniert. Und deswegen schauen wir uns die mal ganz schnell in der Tabelle an. Wenn wir in die Anleitung schauen, finden wir hier auf Seite 53 die Liste, wie das Ganze konfiguriert ist im Default-Zustand. So sieht das Ganze aus. Das heißt, die Prioritäten sind bereits komplett zugewiesen zu entsprechenden Tags. Und das heißt, jetzt muss ich mich nur noch darum kümmern, dass ich in meiner Applikation sage, okay, die und die Datenpakete möchte ich jetzt mit folgendem Tag versehen. Und dann funktioniert das vom Prinzip her. Natürlich kann ich jetzt hier auch ein bisschen rumspielen. Man sieht es schon. Wir gehen nochmal zurück. Die Priorität ist ja vordefiniert, aber die Gewichtung kann ich hier natürlich trotzdem noch anpassen. Was hier hinterlegt ist, das sehen wir allerdings in der Anleitung. Damit hätten wir das Thema Quality of Service ebenfalls schon geklärt. Und ich würde sagen, wir kommen als nächstes zu IGMP-Snooping. Hier haben wir vom Prinzip her folgende Einstellungsmöglichkeiten. Einmal natürlich können wir IGMP-Snooping aktivieren oder deaktivieren. Im Default-Zustand ist es aktiv. Weiterhin können wir unbekannte Multicasts hier einfach droppen. Das wäre eine Option, die wir hier setzen können. Das heißt, dann wird eben das Paket einfach verworfen. Und dann haben wir noch die Möglichkeit, den IGMP-Static-Router-Port zu setzen. Im Default-Zustand erkennt er das natürlich mit der automatischen Erkennung. Ansonsten können wir das Ganze aber auch händisch setzen. Das heißt, hier würde ich zum Beispiel bei IPTV meinen Router-Port dann eben definieren und dann eben übernehmen. Zu guter Letzt gehen wir dann noch in den Bereich Management. Hier haben wir vom Prinzip her die üblichen Systemeinstellungen. Das wäre als erstes mal das Thema DHCP-Client aktivieren oder deaktivieren. Also sprich, möchte ich die lokalen IP-Settings eben manuell setzen oder soll sich der Switch per DHCP-Server eine IP-Adresse ziehen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, den Zugriff per HTTP zu deaktivieren. Dann hätten wir nur noch einen Zugriff via HTTPS. Weiterhin gibt es noch die Möglichkeit, die Management-VID, also beim Thema VLAN und so weiter, hier anzupassen. Die Energiesparfunktion nach 802.3 AZ aktivieren oder deaktivieren und natürlich die Konfiguration des Switches exportieren mit Backup oder eben wiederherstellen, wenn wir das Ganze möchten. Außerdem können wir natürlich noch das Passwort ändern. Das sollte man auf jeden Fall tun und dann natürlich ein möglichst sicheres Kennwort wählen. Vom Prinzip her sind das die Möglichkeiten, die man hier im Zeichsel XGS 125012 vorfindet. Zu guter Letzt führen wir den Lockout einfach durch und damit ist alles zum Thema Management gesagt. Das war es soweit zum Thema Management. Ich denke mal ausreichend umfangreich alle Funktionen gezeigt und damit sind wir jetzt auch schon im Fazit. Ich finde persönlich, dass der Switch für einen Preis von ca. 250 Euro absolut solide ist. Man bekommt zwar jetzt nicht die tiefsten Management-Funktionen, aber trotzdem alles, was man so grundsätzlich gebrauchen kann. Also von daher ist das absolut in Ordnung. Die Hardware spricht natürlich hier vor allem für sich. Gerade, dass das Modell eben lautlos ist, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr dickes Argument für diesen Switch. Zusätzlich kommt natürlich auch noch die Port-Ausstattung, die man in diesem Preisbereich so nicht finden wird. Also das ist wirklich ein gutes Setup. Trotz allem muss man natürlich sagen, es gibt wie immer Alternativen auf dem Markt. Man muss halt einfach schauen, was ist der perfekte Switch für einen selber. Und das ist natürlich vor allem davon abhängig, was für Clients ich habe, was für Schnittstellen diese Clients haben etc. Und was für Anforderungen ich letztendlich auch an den Switch für mein Heimnetzwerk habe. Hier ist es natürlich so, dass dieser Switch eigentlich so der zentrale Switch vom lokalen Netzwerk sein möchte. Das heißt natürlich, er richtet sich vor allem an kleinere Netzwerke, die aber einige hochperformante Systeme besitzen. Und ich denke mal, damit ist es im anspruchsvolleren Privatumfeld durchaus eine sehr interessante Hardware- und Softwarekombination, die man hier erhält. Also von meiner Seite aus spricht jetzt eigentlich nicht wirklich irgendwas groß gegen den Switch. Wo man sich natürlich trotzdem noch umschauen kann, ist vor allem bei den QNAP QSW M408er Modellen. Das wäre noch so ein direktes Alternativmodell mit einer ähnlichen Port-Ausstattung. Allerdings mit dem Nachteil, dass das Modell nicht lautlos ist, weil es eben eine dauerhaft laufende aktive Kühlung hat. Und mit einer vergleichbaren Anzahl an Kupferports sind diese Switcher auch etwas teurer. Im Gegenzug haben sie aber auch mehr Management-Funktionen. Also da muss man natürlich immer ein bisschen individuell schauen. Ich habe es mal hier verlinkt, das passende Video. Grundsätzlich, wie gesagt, gefällt mir auf jeden Fall hier der Zeichsel XGS 125012, so wie er hier steht, sehr, sehr gut. Besonders loben möchte ich an der Stelle nochmal die nicht vorhandene Lautstärke. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Und damit sind wir hier auch schon am Ende des Videos. Mich würde natürlich interessieren, was hältst du vom Zeichsel XGS 125012? Gerne die Kommentarfunktion mal verwenden. Vielleicht sind auch ein paar Fragen da. Ich werde natürlich schauen, dass ich diese beantworten kann. Und an der Stelle wünsche ich dir noch eine schöne Woche und gerne bis bald. Bis zum nächsten Mal.